The Better Original Hallo alle zusammen, hier ist Roger. Supertoll, genial, was ihr hier immer wieder macht. Ich meine, wenn ich ein paar andere Sendungen sehe, wie Goal oder Heimspiel, dann muss ich sicher sagen, was ist denn das genau? Ihr macht wirklich eine super Sendung, mit euren Talkgästen und witzigen Spielen, die ihr immer wieder macht. Dankeschön auch, dass ich immer wieder teil davon sein durfte. Ich wäre heute zu oben sicher gerne dabei gewesen. Aber Mirka hat gesagt, ich muss zuerst wieder Nummer 1 werden und darum muss ich halt noch warten, bis nächste Woche. Mais oui, c'est clair, hier ist Bernard Chalonde. Ohlala, ich habe gesucht eine Wohnung in Thun. Aber jetzt, die Thunner, sie sind aus dem Schneider. So ich warte, ich warte auf einen neuen Job als Trainer. Und eine Félicitation für die 100. Sendung. Und eine liebe Grüße an George. Oh mon die Dieu, er sieht immer noch so schön aus. Hallo zusammen, das ist Jeff. Jeff, Jeff Lechef. Ich bin so glücklich. So glücklich hier in der 2. Bundesliga. Ich habe gerade neue Bälle bekommen. Und nicht mal Trikots muss ich selber waschen. Ich bin aber auch glücklich für euch. Für eure 100. Sendung. Ihr seid genial, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid super. Und dank euch habe ich auch immer wieder etwas zu posten auf Facebook. Frei. 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 Nazi. Rekord-Torschütze. Legenden. Unsterblich. Herzliche Gratulation. Und alles Gute für die nächsten 100. Sock. Wir planen in Basel gerade die Meisterfeier. Sock. Muri. Wie sagt man das? Ja, ist ja auch egal. Zur 100. Sendung. Alles Gute. Ich muss jetzt leider gehen. Ich muss schon wieder einen Kinderwagen kaufen. Das war's. Das war's. Das war's.